Wie es laggt, wenn man nur auf dem Bike sitzt daneben, Mann. Weg mal, das Bike ist gut. Ja, bin gerade dabei. Was ist denn irgendwo hier so hin? So. Es ist halt jetzt die Frage, wann die Typen kommen. Das kann doch sein, dass es noch... Das ist ja hinter uns hier. Ah, da sind sogar schon welche. Hinten mit einem Buggy. Ich sehe es, ich sehe es. Sollen wir schnell hinfahren? Hinten würde ich nicht. Wir werden jetzt vom Bike-Spray machen. Einer g'nockt haben, könnte man hinfahren. Du hast ja das Vierer, ne? Die waren weg, die waren weg, oder? Ja, der fährt vorn hin. Hit. Leider, alleine. Oh, nochmal Hit. Ich habe halt nicht so viel Muni. Schau, passen, sie sind von ihm. Irgendwo schießt man der SKS. Auch von da vorne. Ich bin so ein SKS-Spieler, Mann. Der muss irgendwo links von der Bridge sein. Da kommen sogar noch einer hin. Ja, der hat keinen Helm mehr. Der rennt jetzt nach hinten weg. Der ist doch kein Auto, Mann. Er ist ausgenockt. Ich habe ihn. Bike, komm. Bike, du stehst. Sehr gut. Dann loote den schnell. Und dann gehen wir nach hinten, weil der Typ ist ausgenockt. Okay, passt. Hast du unser Bike genommen? Du hast sein Bike genommen, ja? Ja, ja. Ich weiß, ich habe ihm Hedgeack gegeben, Mann. Ich bin zu gut. Wieso gebe ich ihm Hedgeack? Wieso gebe ich ihm Hedgeack? Also ich weiß nicht, ob da zwei waren, aber der eine ist auf jeden Fall ausgenockt jetzt gerade. Ich halte hier vorn an den Boxen an. Der müsste hier... Ach, der kriecht da auf der... Guck mal. Guck mal, wie er kriecht. Der hat sogar sein Zeug gedroppt. Müssen wir mal gucken. Der hat auch einen Vierer versteckt hier. Hier ist noch ein Vierer am Auto. Ah, nice, nice, nice. Oh, hier kommt sogar noch was. Alle tot? Nice. Ja. Das gefällt mir, Mann. Das gefällt mir. Der hat auch noch Vierfachscopes und den ganzen Schiff. Oh, der hat die Großer, der Typ. Wirklich? Ja. Gönnen sie dir, gönnen sie dir. Der hat eine Großer. Krass. Der hat noch einen stabilen Helm. Der hier nicht bei mir, nee. Den hatte ich ja weggeschossen. Oh, der hat sogar noch einen Achter. Ey, was ein Typ, ne? Der hat ja einfach alles irgendwo verteilt. Ist der linke oder rechte Seite vom... Ja, der wollte ich jetzt wirklich sehen. Nicht mehr. Ich habe auf beiden Seiten der gesehen. Ah ja, linke Seite, ja. Nee, ich sehe den leider nicht. Also nur links an dem Auto, aber warum ich das überhaupt auf mich schießen kann. Einer hat Hit on the right side. Rechts. Äh, Auto kommt hinter ihnen. Hit. Na, haben sie uns geklaut. Alle dead. Jo. Wir haben wenigstens das Loot jetzt hier. Der eine lootet da offen. Keine Ahnung, was der macht. Ich muss gerade nachladen, deswegen kann ich nicht schießen. Der hat halt das ganze Seite gelegt, die Miesgeburt. Der wollte halt Muni looten. Hier links, hier links, hab Hit. Ja. Dein Schwefel bekloppt der Kollege, er lootet auch. Ey, eins habe ich... Gierige Leute hier. Gierig. Da nicht unten durchschießen, da wo die sind. Ja, stimmt. Sieh es, aber nee, ich schaffe es ja auch nicht. Holo finde ich besser, ja. Obwohl ich sie nicht mehr sehe. Da ist der Himmel. Ach da, jetzt sehe ich ihn. Wo ist er denn links? Der ist auf der rechten Seite, wo er mich abschießen kann. Ja, links piekt da auch die ganze Zeit einer. Ah, ich halte mich erst mal kurz. Wir können ja erst mal... Lass mal so machen. Ähm, wir warten, weil mein Helm ist jetzt auch weg, bis die Zone ran ist. Vielleicht kommen da noch welche und dann stellen die sich vielleicht offen hin und dann können wir die abballern. Das haben nämlich gerade auch gemacht. Besser, dass wir machen können. Hatten die anderen noch einen Helm zufällig? Nein, dass sie irgendjemand einen Helm hat, Mann. Oh, die hinter uns an. Hat der hier links neben dir einen Helm oder rechts neben dir? Ich glaube, hat nichts. Ach, shit. Ja, der offen, ne? Aber wenn der mich trifft, dann ohne Helm ist das auch kacke. Die offen, die offen. Die offen. Und der andere ist an der rechten Seite. Also, Problem ist halt, wenn ich jetzt getroffen werde, bin ich Insta ausgenockt, ne? Da steht schon wieder oben. Hinter uns kommt was? Oh, da, da. Weiß nicht, aber hier ist jemand. Selbst oder was hast du gehört? Ne, ein Auto. Da oben. Oben am Berg. Südosten. Oh, zwei Leute stehen da. Einer ausgenockt? Der hat die Ecke, wo man ihn bewegt. Hier kommt noch was? Hinter uns kommt das, ja. Ja. Der hat hier angehalten irgendwo. Der steht hier vorne. Der wirft eine Granate. Der andere steht mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Der Typ. Der steht einfach nur da. Nice. Okay, ich habe einen Final-Kill bekommen. Ich glaube, das waren die, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh, Spoon. Oh, shit. Ich brauche den Helm. Ah, nein, der Helm hier. In der Zwischenzeit habe ich den hinten uns auch getötet. Oh, nice. Nice. Alter, das war jetzt gerade irgendwie. Das ist ein Damage der Zweierhelm. Ja, kommt noch was. Hier kommt was. Ja, ich sehe es. Motorrad. Tot. Tot. Nice, nice. Der Loot. Der Loot. Was ist ein Gemetze hier? Naja, auch dabei von den Schweinen. Hinter uns waren ja die Besten. Die wollten sich hinter Moritz verstecken und stellen ihn am Steilberg auf. Er hat auch noch eine K. Okay, alles klar. Ist aber ein Friedhof. Hier liegen wirklich viele Leichen, man. Und das Geile ist, am Ende können wir uns den UAZ hinten nehmen. Der ist noch nagelneu. Die Leute werden jetzt eh nicht mehr kommen. Ja, stimmt, ja. Hat man noch kurz bis zu einer Minute und dann fahren wir. Wir müssen da jetzt schauen, wir könnten das ganze Loot hier. Wir könnten hier Leute aufhalten und ihnen das ganze Loot verkaufen. Ja. Bitcoins. Kommt da noch was? Oder? Da kommt was noch. Einer kommt noch. Der fährt Slalom. Hat ein Dreierhemd. Lass ihn close kommen. Lass ihn close kommen. Dead, dead. Nice. Schüsse auf mich von irgendwo. Das war ich, glaube ich. Es kann sein, dass ich kurz über den Kopf gekommen bin. Aber ich habe den nicht getroffen, oder? Doch, doch. Echt? Oh, schau. Sorry. Da kommt noch was. Komm mal am besten in Deckung, Whitey. Ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. Alter, was ist hier los? Der ist runtergesprungen, der Typ. Der ist nicht mehr da. Da, bück dich, bück dich, bück dich. Die dürfen jetzt nicht sehen. Stehen blieben, oder? Ah, Mist. Ich habe extra Nates geworfen. Schade. Ich auch. Link stehen blieben. Ja, die sind stehen geblieben. Linke Seite sind die. Da auf einer wird ja gleich runter uns kommen, der wird uns drauf holen. Einer hat einen Hit. Einer ausgenockt. Wir sind auch bald in die Zone, Bro. Ja, lass mal lieber abhauen jetzt, würde ich sagen. Wir holen ihren Mate und dann... Keine Ahnung, wie wir das jetzt machen. Wir holen uns da vorne, die Noah zum Fahren, oder? Er ist halt einmal rüberlaufen, das Problem jetzt. Die werden sich halt jetzt denken, dass wir weg sind und fahren. Oder stimmt, wir können auch hier warten. Wollen wir warten? Ja, wir warten jetzt. Die werden gleich kommen. Aber der eine Typ, der runtergefallen ist, ne? Der eine Typ wird auch kommen, ja. Stimmt. Warte, ich gucke mal schnell hier, ob der hier ist. Ich glaube, der müsste auf deiner Seite sein. Ja, auf deiner Seite. Aber die anderen kommen jetzt hier. Einer ausgenockt. Der ist auf der anderen Seite, der Typ. Warte, jetzt war ich tot. Der andere Typ, der oben hochgekommen ist, der ist noch auf der anderen Seite. Der ist hier drüben. Dann lass schnell versuchen, irgendwie jetzt hier wegzukommen in den UAZ. Der muss hier close sein. Da oben sind Gegner am Berg, schau, die schießen auf den. Zone, komm. Let's go. Steigen. Go, go, go. Am besten hier einfach hoch auf den Berg, würde ich sagen, ne? Er ist immer noch hinten an uns. Lass hier warten. Ja, ja, hier. Dann können wir den vielleicht direkt abfangen, den Typen. Seht ihr jetzt oben laufen irgendwo. Ah, der fährt mit dem UAZ. Ah, Mist, der fährt hier. Das sind mehrere sogar. Ja, das war ganzes Wort, verdammt. Berg links von uns in Weltherr. Ja, sehe ich. An dem Baum ist der. Einer hat einen Hit. Da war ein Hit. Der schwimmt bei mir. Der schwimmt in der Luft. Ja, 115, der Typ. Wie soll ich den denn hitten? Der ist ganz an dem rechten Baum. Der ist genau an dem Baum daneben. Schwimmt bei mir auch, ja. Ah, nee. Keine Ahnung, was soll man denn da wieder tun? Ja. Kannst du auch keinen Headshot geben oder so? Ist der jetzt weglaufen oder ist er immer noch da? Nee, der ist immer noch da. Ich sehe seine Waffe. Ich sehe auch seine Waffe, aber ihm kann man nichts zu antun. Mal weiter in die Zone. Er ist ausgenockt. Kannst du ihn auch klauen oder so? Ja, ich habe ihn klaut, ich habe ihn klaut. Ja, der hat gezietert, man. Der hat so komisch gezietert. Keine Ahnung. Auf der Uhr, als muss er irgendwo stehen. Wir können auch einfach reinlaufen, würde ich sagen. Gar nicht sehen. Ja, wenn wir hier oben diesen Stein kriegen, der ist richtig gut. So von der Pose hier. Aufpassen, aber wegen der Hände, wegen den Häusern. Ja. Da ist noch. Naja, der läuft genau dahin. Siehst du ihn? 65. Zwei Leute. Ich schieße auf den Hintern. Okay. Vier Hits, vier Hits. Nice. Er ist leicht tot, aber er lacht halt. Vier Hits machen halt keinen Damage in dem Spiel. Ah, shit. Kommt man nicht hoch, oder was? Harte, ich werfe Nades, ich werfe Nades, wo die hin sind. Also ich habe hier noch keinen gesehen. Vielleicht sind die auch noch unten. Nach unten, ja, wahrscheinlich nicht. Ist einer, ja? Ach nee, die März. Oder? Warte, ich... Ah, shit, Mann, ey. Ah, beide. Beide, die Rache. Sehr gut. Mann. So ein Arsch. Ah, da vorne ist auch noch einer. Oh. Der muss sogar in die Zone kommen, ne? Eigentlich kann ich hier voll safe spielen. Oh. Hab ihn. Ja, da vorn sind die. Ja, Mann, das ist einfach... Ich geh am besten jetzt schon mal ran, wenn die jetzt ballern. Oder? Geh ich mal jetzt ran hier. Da hinten ist einer. Der ist durch die Tür? Ne, doch nicht. Er ist vorm Haus. Er hat mich immer noch nicht gesehen, der Typ. Gut, Mann. Ich bleibe am besten hier. Ja. Oh, da ist noch einer. Shit. Oh, der war tot. Nein! Oh, es ist nur noch einer. Nein! Scheiße. Da ist er! Ich hab keine Nades. Ich hab keine Nades. Scheiße. Holst du so? Fuck, er geht auch los. Ja! Easy, Spoon! Easy! 16! Alter! Das war eine 16-Kill-Runde, Mann. 13, ich hab 8, Mann. Und dann haben wir insgesamt 24, verdammt. Alter, Schwede. Ich bin, Mann. Mann! Was? Ja! Ich bin, Mann. Ich bin, Mann. Das war's. Ich bin, Mann. Und dann. Und dann. Untertitelung des ZDF, 2020